Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XII. Ich freue mich schon ungemein auf das nächste Abenteuer in Final Fantasy XII. Links, rechts, wieder nichts. Schade. Gehen wir mal geradeaus weiter. Rechts, nichts. Geradeaus weiter. Na, das ist ja gemein. Na gut, dann müssen wir da halt eben durch. Wir bleiben hier stehen. Der Hinterhalt sei uns gegönnt. Da kommt sicherlich noch mehr. Nö, das war's schon. Wahnsinn. So, was haben wir denn hier lang? Wenn wir hier lang gehen. Nix, nix. Da haben wir einen Gegner. Den müssen wir ignorieren. So, nochmal auf die Karte gucken. Wo müssen wir jetzt hier eigentlich lang? Achso, alles klar. Weiß ich Bescheid. Ich wünschte mir jetzt noch einen schönen Speicherpunkt. Oder zumindest eine Stelle, wo ich meine Lebenspunkte voll auffüllen könnte. Das wäre nämlich sau von Vorteil. Aber, hm, wie soll's denn das sein? Ist uns missgönnt. Tja, und nun müssen wir einfach weiterlaufen. Gut, dann schauen wir mal, was sich da offenbart. Das wird jetzt interessant. Oh, oh. Ich hab ein bisschen Panik, gegen einen Richter zu kämpfen oder dergleichen. So, wie zum Thema. Na gut, dann müssen wir halt eben gegen einen Richter. Ich hab irgendwie gerade das Gefühl, dass Varn jetzt schon stirbt. Ähm, bei dir setzen wir jetzt mal Gambit einfach aus. Angriff Richter A. Ja, damit alle anderen auch mit angreifen. So. Fertigkeit. Schwarzmagie. Blitz. Auf Richter A. Hat er gesessen? Weiß ich nicht. Au, 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 au. Gib mir Heilung, bitte. So. Nächstes Ziel ist Richter B. Aber wir stellen hier nochmal eben ganz schnell Gambit um. Gefährten, Gegner, Gruppenführers, Angriff. Das ist doch okay. Warum macht der denn das nicht? Gegner, Gruppenführer. Okay. Achso, die sind wahrscheinlich viel zu doll mit Heilen beschäftigt. Nein. Dann. Lieber so. Äh. Hä, wer ist das denn? Achso, das bin ich. Also. Varn. Gut, okay. Ähm. So, das müsste wesentlich besser funktionieren. So. Oh, oh. Fertigkeit. Weißmagie. Vita. Auf Balthier. Oh, oh. Noch schlechter. Item. Phönixfeder. Wollen wir so. Da haben wir Phönixfeder auf Balthier. Angriff, Richter B. Item, Potion auf Van. Ähm. Ja. Item, Potion auf Van. Item, Potion auf sich selbst. So, der Richter ist in diese Richtung. Oh, das ist böse. Nein, ich weiß Magie Vita auf Fran. Nein. Was ist hier eigentlich los? Blind, blind Toxin. Alter, was? Augentropfen auf Van. Ja, dann weiter. Items. Augentropfen auf Fossler. Weiter. Nein. Item. Gegengift auf Balthier. So, Fertigkeit. Schwarzmagie. Feuer. Auf Richter B. Oh Mann. Komm, hau den Richter K.O. Geht doch. Alter, Wahnsinn. Erstmal ein Schlückchen trinken. Uiuiui. Großartig. Ja, super. Super. Muss ich auch mal stark hoffen. Alter, war das Mann mal hart hier. Uiuiui. Ich schwitze ohne Ende. Und das hat nichts mit der Sommerwärme zu tun, glaube ich gerade. Alter Schwede. Und jetzt? Einen Zellenblock-Schlüssel erhalten. Oh, super. Fossler ist kampfunfähig. Item. Phoenix geht auch Fossler. So, jetzt wäre ich mal sehr dankbar, wenn wir hier mal ein bisschen, ähm, irgendwie einen Speicherplatz oder so hätten. Wo wir uns mal eben kurz ein bisschen auf, äh, auffrischen können. Und? Ja. Speicherplatz. Alter, und sogar ein Händler. Wahnsinn. Wahnsinn. Was haben wir denn hier? Wir haben eine Urne. In dieser Urne befindet sich. Was befindet sich in dieser Urne? Eine Systemkarte. Hey. Juhu. Abenteuer speichern. Natürlich. Speichern Platz 1. Und wir speichern hier unten ab. Ja. Ne. Wir speichern hier oben ab. Weil dann könnten wir vielleicht nochmal eine Mini-Leveln, wenn alles hart auf hart kommt und ich überhaupt nicht mehr weiter weiß und so weiter. Ah, Hilfe. Seht das bitte nicht als Aufruf an, um jetzt hier 10.000, äh, Comments zu schreiben. Von wegen, äh, ich weiß nicht, wie ich hier helfen kann, aber ich sag's dir nicht, denn du bist so ein Assi. Ich hasse dich, Darth Vader. So, guck mal mal, was der Händler hier drüben hat. Da, 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 da. Hallo. Du bist ein Mogri. Och, bist du niedlich. So. Ku-Po-Po. Ja, alles klar. Ku-Po-Po-Po. Ich bin Muri-Händler. Ku-Po-Ku-Po. So. Und was hast du für uns? Kaufen. Einen Ork-Stock. Toll. Hat noch irgendwas Interessant für uns? Nein. 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 Toll. Nein. 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 Oh. Ja. Ja, doch. Ja. Ja, schon. Ja, 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 ja. Nee, nein. Ich meine, nein. So. Arm-Sheen. Nein. Nö, 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 nö. Potions. Ja, ist klar. Persos. T-Fix. Reflex. Rehren mit der Angelegenheit. Migrum. Was haben wir hier? Gruppenführer. Gefährten mit TP. Gefährten mit TP. Das ist toll. Hier baue ich mich gleich so richtig zu mit den ganzen Dingern hier. So, aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss. Tschüss.